Runde 28 beginnt. Ein Intense Riot. Na, das ist doch schön. So. Wir schauen, dass wir... Ah, haben wir Kettenreaktionen ein bisschen koordiniert bekommen. Wenn aber nicht die Panna kommt, schießen wir den hier drauf. Aber es kommt genau für die kleine Häschen auf die andere Reihe. Ah. Hier noch einen rein. Da wie große Häschen. Hier nochmal einen. Ja, genau. Weiß ich doch. Da einen rein, da einen rein. Jetzt bekommen wir zwei neue. Auch hier scheinen uns wieder die rosa Häschen zu verfolgen. Na, finden wir nichts. Wir probieren. Komm. Wir können nur noch einen reinhauen. Na, lösen wir den mal auf. Nein, ging genau daneben. Wir hätten es gerade auflösen können. Okay. Gut. Aber... Jetzt sollte es sein... ... ... ... So, der Ring ist weg. Da ist noch ein... ... ... ... ... Ich sehe es nicht mehr. Es geht gerade auf. Wir haben es geschafft. 3 Stunden in Runde 28 und auf in die nächste Runde.